dass die alle keine one hit sind ist schon ein bisschen komisch ich mein das ist quasi das start und paid ist bestimmt gar nicht mehr da bin ich mir fast schon sicher aber nun versuch es und wir sollten uns vielleicht heilen nur für den fall das page stinkig wird ich sehe nix er ist weg schade vielleicht treffen wir ihn später ja noch mal was wäre allerdings gewesen wenn wir ihn umgebracht hätten und wir dann den typen da befreit hätten dann wäre bestimmt glücklich gewesen wenn wir gesagt hätten hey wir haben paid umgebracht dann freut er sich erst mal und dann fragt er warum habt ihr eigentlich umgebracht och uns macht das spaß und dann hätte er versucht uns zu töten okay ich habe keine homo knochen dabei und ja dass die kadent aber was soll's und dann gucken wir kurz in majula um travel ob entweder paid oder der andere typ dieser craigen oder wie er hieß ob einer von den beiden in majula aufgetaucht ist also gewinnen wir verschnitt das da müsste die entsteinerte frau sein und unseren klamotten wir werden wir immer tun wir werden wir immer tun Ach so, ist der alte Mann denn Lehrer? Naja, es gibt halt Theoretiker und Praktiker, ne? Aber ich glaube, wenn ich mir das aussuchen dürfte, ob ich in einem schönen Kämmerlein mit einem Glas Wein Magie lernen könnte oder schreien vor Zombies weglaufen, ich glaube, ich wäre eher für den Wein und das Kämmerlein. Aber wie eben das seine? Was sie alle in ihrem Nachleben, also in dem Leben hier, so stecken bleiben, ist cool. Komisch, also es verändert sich keiner. Sie war, bevor sie hergekommen ist, die Schülerin und sie wird immer die Schülerin bleiben. Ah, sehr deprimierend. Aber das gehört ja zum Spiel. Es verändert sich nichts. Außer das Oberflächliche. Na gut. Das ist nicht wirklich lustig. Okay, okay, jetzt haben wir das durch. Also wir können sie weiter anziehen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal was ganz Trampiges finden, könnten wir ihr das geben. Kaufen. Feuer Defense, Lightning Defense. Wenn die Kleriker noch leben würde, wäre das vielleicht Schick. Und Dark Defense haben wir aber schon. Das sind diese Burr-Geschichten. Burr, Feuer, Lightning, Magic. Und Fire Seeds für die Pyromantie-Flamme. Die können wir hier auch noch kaufen. Sehr gut. Feuerball, Feuerorb, Combustion, Poison. Poison klingt gut. Und hat keinerlei Anforderungen. Eine Wolke aus Giftdampf. Wenn es wirklich sofort einen Gift-Effekt hervorrufen sollte, könnte man damit schwierige Gegner kiten. Das heißt, man vergiftet sie einmal. Läuft dann weg. Spam irgendwelche einfachen Zauber und der Gift tickert durchgehend weiter. Also das wäre praktisch später zu holen. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal Praise the Sun. Und dann gucken wir uns weiter um, nach den zwei Jungs, die sich streiten. Die Jungs das so machen. Nein. Alles, was er sagt, ist... Oh, gestern. Willkommen. May you find peace on your journey. Alles, was er sagt, kann auch sarkastisch gemeint sein. Vor allem aus dem Spruch, gib ihm Zeit. Das ist das Einzige, was wir hier haben. Wir sind unsterblich. Und nichts verändert sich. Und nichts verändert sich. Und nichts verändert sich. Äh. Naja, außer für uns, weil wir der Held sind. Und wir die einzige Person sind, die was verändern können. Anscheinend. Sonst hätte irgendeiner schon mal einen von den großen Seelen umgebracht. Also von den vier großen Seelen zum Beispiel. Naja, obwohl, vielleicht hat das jemand und der hat dann die große Seele und dann haben wir den halt umgebracht. Na gut, gucken wir uns weiter um. Ähm. Also wir waren jetzt oben bei dem Monument. Wir waren noch nicht beim Schmied. Beim Schmied können wir mal gucken. Weil wo gehen Krieger hin, wenn nicht in die Nähe eines Schmiedes? Hier ist nix. Also ja, da ist der Viktor Stein. Und wir könnten später mal dem Covenant beitreten, um da weiterzukommen. Aber der macht halt alles schwieriger. Und das muss grad nicht sein. So, Schmied. Hat nix Neues. Okay. Genau, People These Days. Hat der Meister vielleicht was zu sagen, was wir die Schülerin gefunden haben? Nö. Hm. Das haben sie schon mehrfach, denke ich. Also in denjenigen Gebieten nix. Wir haben noch die Katzen-Geschichte. Kaufen. Er kauft davon ein paar. Und hier nix. Da ist nix. Mit dem Rüstungshändler können wir nochmal reingucken. Und in dem Anwesen. Ich weiß nicht, dass es so groß. Ich bin glücklich, dass ich dich sicher sehen. Ah. Scheint neue Sachen zu haben. Aber die sehen alle kriegerisch aus. Always open for business. Wollt ihr hier oben vielleicht neuer Untermieter? Ne. Und das werde ich regelmäßig machen. Also so alle, keine Ahnung, 20, 30 Folgen. Gehe ich einmal durch Majula durch und gucke, ob sich irgendwo, irgendwer eingenistet hat. Weil ich würde da ungern was verpassen von der Story von den Charakteren. Also gehe ich jetzt auch einmal durch das ganze doofe Anwesen hier durch. Hier zum Beispiel wäre ein super Platz für einen magierartigen Charakter. Ich höre irgendeinen Scharren. Das hatten wir aber schon mal gehört, ne? Als wir hier das erste Mal drin waren. Da geht's runter. Hier ist nix. Ach so, es werden die Wildschweine sein, ne? Ja. Killer Wildschwein, die drei Pfeile aushalten. Ich dachte deswegen, ein Dämon in den Wänden oder ein Drache im Keller. Nö. Wildschweine. Wobei es nicht mal Wildschweine sind. Wildschweine sind verdammt groß. Das sind Meerschweinchen. So, runter. Oh. Oh. Das sind... Wie viele große Seelen haben wir? Was? Eine? Oh oh. Habe ich die eine Seele aus Versehen benutzt? Soul of the Rotten. Oh. Er hätte schwirren können. Wir hätten noch eine gehabt. Ja. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir eine zweite hatten. Ich glaube, ich habe die aus Versehen benutzt. Mist. Oh. Hallo, wieder. Du hast es geschafft. Die Mäste, ich glaube. Mhm. Of course. Take a good look. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Did you see the flame on the map? Ja. Ja. It wasn't there, when I came here before. I don't know what explains it. Das waren wir. But there is something greatly comforting about that flame. Ja, die Flamme ist toll. It seems to fulfill something very precious. Deep within the soul. It's so toll, dass man sich selber anzünden will. Something essential. Wehe. Wehe das Ende von Dark Souls 2 ist, dass Tadana sich anzünden und das Spiel ist vorbei. Das muss ich nicht nochmal haben. Muss ich unbedingt ein alternatives Ende finden. Und das hier soll übrigens das Herrschergefäß sein. Weiß ich nicht. Sieht für mich einfach nur wie eine Tonschale aus. Also ja, das Herrschergefäß war ungefähr so groß, aber ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. Oh, die Kiste ist wieder voll. Zauberstab, 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 Zauberstab. Soulbessel. Das war das Respect-Ding, ne? Ich glaube schon. Inventory. Ja. Könnten jetzt zweimal Respecken. Könnten aus Tadana theoretischen Krieger machen. Wobei, das heißt, wir könnten theoretisch wirklich mal diese Hex-Geschichte ausprobieren. Also später, wenn wir ein paar mehr Seelen haben. Die Hex-Geschichte ausprobieren. Und wenn sie uns nicht gefällt, dann specken wir einfach um. Wir sollten vorher aber unbedingt ausprobieren, wie das... Was zur Hölle? Mehr Schweinchen? Wir sollten vorher ausprobieren, wie das genau funktioniert. Oder schreibt mal bitte in die Kommentare, ob man wirklich alle Punkte neu verteilen kann. Oder ob es da irgendeinen fiesen Haken gibt oder irgendwas in der Richtung. Was wäre schade, wenn wir den Charakter vermurksen. Weil nochmal alles machen wir eben doof. So, also wir sind jetzt da unten rum. Wir sind da oben gewesen. Wir waren beim Schmied. Wir waren im Mänor. Wir waren nur bei der Katze noch nicht. Das heißt, da gucken wir noch kurz rein. Und dann können wir relativ sicher sein, dass weder Paid noch dieser Craig, oder wie er heißt... Craig in Majula ist. Ja. Nö, nix hier. Okay. Sei es zurück zum Leuchtfeuer. Und dann zurück zu dem letzten Sprungpunkt, den wir freigeschaltet haben durch den Schlüssel. Das wäre dann... Travel. Ähm. Ach, das hier. Huntsman's Cops. Cops? Nicht Cops? Okay. Äh. Undead Lockaway. Wobei... Also von da nach da waren es diese 20 Meter. Hm. Und zwischen dem Leuchtfeuer hier und dem... Gab es da noch Abzweigungen, wo wir nicht waren? Also offensichtliche Abzweigungen. Es kann immer irgendwelche Secrets geben, die ich übersehe. Das ist klar. Aber offensichtliche Abzweigungen, die ich auch gesehen habe. Ähm. Glaube nicht. Für... Ja. Okay. Also nächste Folge. Gehen wir dann hier hin zum Undead Lockaway. Und gucken da weiter, was da so ist. Und ich versuche mich daran zu erinnern, ob ich wirklich eine von den großen Seelen benutzt habe. Also wir hatten, ne? Vorhin 70.000 Seelen oder so. Aber ich glaube, das kam noch von dem Bosskampf. Das muss mir doch auffallen, wenn ich sowas benutze. Oder war das gar nicht einer von den Großen? Das ist sehr komisch. Soul of the Rotten. Hm. Also ja, das wäre auch noch lieb, wenn mich jemand in den Kommentaren aufklären könnte. Weil ich habe da irgendwas verpasst. Ja. Also dann bis gleich, wenn wir wieder weitergucken bei dem Huntsman Cops. Bis gleich. Bis gleich.